Stefan hat mir in eine E-Mail geschrieben. Hallo Martin, könntest du mal erklären, was es mit der Funktion Dual Mono auf sich hat? Ich mische jetzt seit 10 Jahren meine eigenen Songs und habe es noch nie gebraucht. Habe ich womöglich was verpasst? Das klären wir jetzt in diesem Video. Also, lieber Stefan, ich mische jetzt seit ca. 15 oder 17 Jahren und habe in dieser Zeit die Funktion Dual Mono vielleicht 2- oder 3-mal gebraucht. Nichtsdestotrotz ist es manchmal ganz spannend, mit Dual Mono zu arbeiten und ich zeige dir jetzt, wann es sich lohnt, diese Funktion tatsächlich anzuwenden. Schauen wir jetzt aber zunächst mal ganz kurz die beiden Panning-Methoden an, die wir in Logic schon zur Verfügung haben, denn Dual Mono ist mehr oder weniger nichts anderes als eine Panning-Option. Du siehst es hier im Mixer, wir haben hier also einmal Mono-Kanäle, das heißt, das ist ein Kanal und den können wir nach links und nach rechts pannen im Stereo-Feld. Und dann haben wir Stereo-Kanäle, die können wir auch nach links und nach rechts pannen, aber das sind zwei Kanäle und deswegen gibt es hier in Logic auch die Option, dass man hier einen Stereo-Pan macht. Und hier siehst du es jetzt besser, du hast also zwei Kanäle, die du unabhängig voneinander nach links und nach rechts pannen kannst. Und deswegen heißt es übrigens auch beim Mono-Kanal Pan-Regler, wohingegen es beim Stereo-Kanal Balance-Regler heißt. Das heißt, du kannst die Balance dieser beiden Stereo-Kanäle getrennt einstellen. Was du beim Stereo-Kanal allerdings nicht machen kannst, ist den linken und den rechten Kanal getrennt zu behandeln. Und hier kommt jetzt Dual Mono ins Spiel. Bei Dual Mono kannst du nämlich genau das. Du kannst beide Kanäle getrennt behandeln. Mit behandeln meine ich, du kannst zum Beispiel auf die linke Seite dieser Stereo-Spur jetzt einen Equalizer einsetzen und auf die rechte Seite nochmal einen Equalizer, aber mit anderen Einstellungen. Oder auf die linke Seite einen Kompressor und auf die rechte Seite keinen. Jetzt stellt sich aber die Frage, warum sollte man das machen? Was für einen Sinn hat das? Und für mich ist das tatsächlich so, dass ich das hauptsächlich, dieses Dual Mono, als Repair-Kit verwende. Also wenn ich Spuren habe, die nicht richtig funktionieren, wo es Probleme gibt. Zum Beispiel ist mir vor ein paar Jahren mal passiert, da hat mir ein Gitarren-Duo eine Aufnahme geschickt und das war eine reine Stereo-Spur. Die haben sich einfach vor ihre Mikrofonie gesetzt, einer links, einer rechts, und haben ihre Gitarren eingespielt. Das Problem war jetzt aber, dass A, die linke Gitarre, dass die leiser aufgenommen war und dass ich von den EQ-Bearbeitungen gerne beide Gitarren unterschiedlich bearbeitet hätte. Und das ist natürlich jetzt schwierig, wenn ich eine Stereo-Spur habe. Wie soll ich das machen? Und das geht jetzt tatsächlich mit Dual Mono. Ich zeige dir jetzt mal zwei Praxisbeispiele, bei denen das hervorragend funktioniert und wo Dual Mono wirklich auch durchaus die letzte Rettung sein kann, wenn du solche Aufnahmen bekommst. Ich habe hier als erstes eine Overhead-Spur von einem Schlagzeug. Und wir hören mal kurz rein. Und du kannst jetzt hier nicht nur hören, sondern auch deutlich sehen, dass es hier Probleme gibt. Und zwar, dass die rechte Spur, beziehungsweise die linke Spur, viel lauter ist als die rechte. Und da haben sie also offensichtlich irgendwie ein Problem bei der Aufnahme gehabt oder beim Recording nicht ordentlich aufgepasst. Das heißt, sie haben die linke Overhead-Spur, das linke Mikrofon viel leiser eingestellt oder es war defekt oder was weiß ich. Und ich kann dir auch gleich noch jetzt dazu sagen, das passiert übrigens öfter, als du denkst, speziell übrigens bei Amateuraufnahmen. Also, dass praktisch irgendwas hier mit der Mikrofonierung nicht stimmt, dann hast du einen Fehler drin. Und ich habe jetzt diese Stereo-Spur und die kann ich so jetzt nicht verwenden, weil die rechte Spur viel leiser ist. Und jetzt nehmen wir unsere Dual Mono-Funktion zu Hilfe. Und dazu brauchen wir in Logic das Game-Plugin. In deiner DAW musst du gucken, welches Plugin du Dual Mono laden kannst. Ich gehe also hier rein, Stereo und dann hier auf Dual Mono. Und was du jetzt hier siehst, ist ganz interessant. Das heißt, du kannst den linken Kanal und den rechten Kanal getrennt behandeln oder du kannst ihn koppeln. Das bedeutet, wenn ich jetzt auf der rechten Seite irgendwelche Veränderungen mache, zum Beispiel minus 27 dB, gehe jetzt auf links, dann habe ich genau das Gleiche auch, also minus 27 dB. Was dieser Koppelschalter soll, weiß ich nicht so richtig, denn das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was du ja bei Dual Mono machen möchtest. Wir haben gesagt, also das rechte Mikrofon ist zu leise. Ist das, wie das Rechte, das Gain des rechten Mikrofons anheben. Und wenn ich es jetzt nochmal laufen lasse ohne dieses Plugin, schaue ich bitte nochmal auf den Ausschlag hier und dann siehst du auch schon, dass die rechte Spur hier leiser ist. Rechte Kanal. Was ich jetzt machen werde, ist, ich werde das Gain auf dem rechten Kanal, den habe ich hier eingestellt, einfach anheben und dann sollte ich die gleiche Lautstärke in ungefähr zumindest bei beiden Kanälen haben. Dual Mono ist jetzt in so einem Fall tatsächlich die letzte Rettung, weil was willst du sonst machen? Du hast keine andere Chance mehr, außer, dass du vielleicht die Stereospur dann eben einfach nicht verwendest und das irgendwie versuchst, anders zu machen. Ganz kurz noch, natürlich sollte sowas eigentlich jetzt von der Aufnahme her schon gar nicht passieren, dass du hier das Problem hast, das mit Dual Mono fixen zu müssen und deswegen brauchst du gute Aufnahmen und nicht solche Aufnahmen. Und wenn du dich da zum Beispiel gerade bei akustischen Drumaufnahmen noch unsicher fühlst, wenn du nicht richtig weißt, wie man ein Gitarren-Amp oder ein Bass-Amp mikrofoniert, dann empfehle ich dir mein PDF in sieben Schritten zur perfekten Tonaufnahme. Da zeige ich dir mein System, wie ich jederzeit zur perfekten Tonaufnahme komme, wie ich meine Sängerinnen und Sänger vorbereite für den Aufnahmetag, wie ich Drums mikrofoniere komplett, wie ich Gitarren-Amps mikrofoniere und so weiter, wie ich meine Aufnahmetage plane. Das alles erkläre ich dir in meinem PDF sieben Schritten zur perfekten Tonaufnahme. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da kannst du dir das runterladen. Unbedingt empfehlenswert. Hat schon sehr vielen Leuten weitergeholfen. Und jetzt schauen wir uns Fallbeispiel Nummer zwei an. Und zwar ist das hier ein wunderschönes E-Piano. Ich zeige dir jetzt hier mal den Correlation Meter von Mastering the Mix. Das ist Levels. Irgendwie hat der Correlation Meter von Logic. Wir haben hier selber einen, der hat irgendwie gesponnen. Und deswegen muss ich jetzt den verwenden. Das heißt, wir schauen mal einfach ganz unvoreingenommen, wie dieses Piano jetzt klingt und schauen mal auf den Correlation Meter hier, ob wir Phasenprobleme haben oder was auch immer. Und wir haben massive Phasenprobleme. Du siehst also hier, dass er hier in den roten Bereich rutscht und dass er hier hin und her rutscht. Wahrscheinlich haben sie da zu viel Phaser eingesetzt oder haben das Stereofeld zu breit gemacht. Und somit haben wir hier richtig große Probleme. Und auch das kannst du jetzt wieder mit dem, sag ich mal, Dual-Mono-Hack lösen. Ich lade also auch in diese Spur wieder meinen Gain-Plug in und gehe diesmal hier drauf. Und zwar sind das die Mid-Side-Einstellungen. Mid-Side ist für viele so am Anfang so ein bisschen verwirrend, aber letztendlich kannst du dir das einfach so vorstellen, dass du zum Beispiel mit einem Kompressor oder hauptsächlich machen wir das auch beim Mastering mit einem Equalizer, die Mitten und die Seiten einer Stereospur getrennt bearbeiten kannst. Zum Beispiel beim Mastering kann es sein, dass du in den Mitten die Bässe ein bisschen anheben möchtest. Also die Instrumente, die in der Monomitte liegen, Bass, Drum, Bass und die Seiten, wo die Gitarren oder Flächen liegen, dass du die anheben möchtest, um dem Gesamtmix noch ein bisschen mehr Glanz zu verleihen. Dafür kann das nützlich sein, aber in diesem Fall natürlich auch, weil ich jetzt hier vermute, okay, solche Phasenprobleme, gerade bei so E-Keyboards, entstehen meistens, wenn der Stereo-Spread zu weit ist oder wenn irgendwas mit dem Chorus nicht stimmt und so weiter. Und jetzt schalte ich mir hier, das ist erst auf Stereo geschaltet und ich schalte jetzt hier auf Mid-Side und ich möchte jetzt die Seiten auswählen. Ich behandle jetzt also oder bearbeite die Seiten. Und die werde ich jetzt komplett runterdrehen und damit sollten sich die Phasenprobleme lösen, weil ja das Stereo-Feld einfach zu breit ist und somit, und durch den zugeschalteten Chorus bei so einem E-P-A-Nur wahrscheinlich irgendwie dann diese Phasenprobleme, weil das sich nur ein Herwabert entstehen. Und ich werde jetzt versuchen, die Seiten runterzuziehen und dann sollte unser Phasenproblem hier gelöst sein. Und somit haben wir auch dieses Phasenproblem gelöst. Jetzt würde mich deine Meinung sehr interessieren oder deine Erfahrungen. Hast du solche Probleme auch schon mal gehabt? So eine verkorkste Overhead-Spur oder so E-Keyboards, die überall über dem ganzen Mix verteilt war im Stereo-Feld oder die Gitarren, die zu weit gepennt war? Und wie löst du solche Probleme eigentlich? Oder achtest du schon bei der Aufnahme drauf, dass alles von vornherein passt, was meines Erachtens immer die beste Option ist? Schreib mir das bitte unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich sehr, dass dir diese Tipps hier zum Dual Mono geholfen haben, dass du jetzt ein bisschen verstehst, was das eigentlich bedeutet und was du damit machen kannst. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, so wie immer. Schick dir viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann! Bis dann! Vielen Dank.